Hi Leute, heute mal ein kleines Unboxing. Ich habe was bestellt und zwar für 150 Euro bei Pyroweb und jetzt das Unboxing dazu. Das Paket packen wir jetzt also gemeinsam aus. Legen wir gleich mal los. Das ist ein kleines Geschenk von Pyroweb und zwar ist das so ein kleines Reibbrett, wo man halt Reibkopfböller anzünden kann. Dann haben wir jetzt die Leslie Transformers. Das sind so kleine Boden, neuartige Bodenwirbel, die sich dann halt verwandeln. Es ist glaube ich auch Crackling dabei. Hatte ich noch nicht, wird auf jeden Fall auch noch ein Test dazu folgen. Dann habe ich hier die Cobra 6 BP Silber, eine Neuheit 2018. Sehen halt richtig schön aus, also wie die BP 4 halt nur BP 6 und halt in Silber und ein bisschen mehr NEM. Ich glaube, 5,5 Gramm NEM haben diese Teile. Dann haben wir hier die Cobra 6 BP, nee, Cobra 6 R Silber. So sehen sie aus. Halt riesige Böller mit Reibkopf. Das nächste ist die Explode XP 013 oder XP 013. Dann haben wir hier eine Neuheit von 2018 auch, die Cobra Mini. Ich meine, so Mini sind die jetzt gar nicht. Von der Größe her, von der Hülse, fast wie so ein Megadresk. Ein bisschen größer sogar noch. Mit Zündschnur. Dann haben wir auch hier eine schöne Neuheit. Vielen bestimmt noch unbekannt. Die Sina Brokat Blue. 25 Schuss. 30 Millimeter. Auch ein richtig fetter Cake. Recht günstig für ca. 11 Euro. War die bei Pyro Web im Angebot. Und ja, habe ich mir einfach mal mitbestellt. Dann haben wir hier noch zweimal die Black Cobra. Weil die mir letztes Jahr so gut gefallen haben. Habe ich halt dieses Jahr nochmal zwei Pakete bestellt. Auch hier wieder wirklich sehr, sehr schöne Böller mit Reibkopf. Dann wieder eine schöne Batterie. Neuheit 2018. Und zwar ganz neu. Die Black Box Glamour. Das ist eine Mega Blinker Batterie. Kaliber 25 Millimeter. Ja und 25 Schuss. So, jetzt habe ich die mal rausgeholt. Black Box, wie ihr sehen könnt, hat auch ein neues Design. Auch ein bisschen von der Batterie hier mit schönen Grün. Eine grüne Abdeckung. Und auch diesen Standfuß hier. Also, dass die Batterien absolut nicht umküppen können. Ist nicht schlecht. Und ja, ist auf jeden Fall sehr sicher. Die nächste Batterieneuheit, auch von Black Box, das ist die Gloria Coloria. 25 Schuss, 25 Millimeter und ebenfalls brandneu. Diese Batterie wird einigen von euch bekannt vorkommen. Und zwar ist das die Jorge Episode 7. Äh, ja genau. Ne Quatsch, X ist 10. 12. Jorke Episode 12. Wirklich eine mega geile Fächer Batterie. Und ja, Kaliber 25 Millimeter. Und hier haben wir glaube ich 20, ne 25 Schuss. Also extrem, eine extreme Fächer Batterie. Mit halt riesen Bouquet. Und hier nochmal ein Gesamtüberblick über meine komplette Bestellung. Bei Pyro Web. Sina Brokat Blue. Jorke Episode 12. Cobra 6 BP Silber. Zweimal Black Cobra. Dann die neuen Cobra Mini. Dann hier die kleinste Batterie, Zerleger Batterie Deutschlands. So nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja, dann die, äh, Leslie Transformers. Die Cobra 6 R Silber Reibkopfböller. Und nicht zu vergessen, die zwei schönen 25 Millimeter Batterien. Einmal die Black Box Glamour. Und einmal die Black Box Gloria Coloria. Dann bedanke ich mich jetzt auf jeden Fall recht für das Zuschauen. Dann lasst doch einfach einen Kommentar da. Oder einen blauen Daumen nach oben. Also ein Like. Wer es noch nicht weiß. Ich habe auch einen Instagram Account. Pyromotte Full HD. Und, äh, ja, den könnt ihr natürlich auch abonnieren. Damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid.